Ein kurzer Rundumschwenk über das Trainingslager in Lillehemsjö. Vorsicht, ein Franzose im Wilkfeld. Alphonse. Ihr Fazit. Die Botschaft. Wir werden hier festgehalten. Hilfe! Wir sind die Geisel. Zusammen beladen. Auf 7000 Meter Höhe. Wir probieren uns jetzt mal den selben Text zu sagen, den wir nicht einstudiert haben. Auf 1, 2, 3. Frohe Weihnachten! Schick schnell das Lösegeld.